Engel Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren biblischen Reise. Heute werden wir sehen, was die Bibel über Engel sagt, wer sie sind, was sie tun und vieles mehr. Engel sind persönliche, spirituelle Wesen mit Intelligenz, Emotionen und Willen. Dies gilt sowohl für die guten als auch für die bösen Engel, die Dämonen. Engel sind Geistwesen ohne echten physischen Körper. Obwohl sie keinen physischen Körper haben, sind sie dennoch Persönlichkeiten und nehmen gelegentlich physische Körper an. Hat Gott jemals zu einem Engel gesagt, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt? Alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Die Bibel beschreibt ihre Entstehung. Engel wurden von Gott geschaffen, wie wir lesen in Psalm 148, 2 durch 5, Kolosser 1, Vers 16. Und nur Gott hat kein Anfang, wie wir sehen werden in 1. Timotheusbrief 6, 16. Psalm 148 Halleluja! Lobt den Herrn! Lobt den Herrn im Himmel! Lobt ihn dort in der Höhe! Lobt ihn alle seine Engel! Lobt ihn, ihr himmlischen Heere! Lobt ihn, Sonne und Mond! Lobt ihn, ihr leuchtenden Sterne! Lobt ihn auch im fernsten Weltall! Lobt ihn, ihr Wassermassen über dem Himmel! Sie alle sollen den Herrn loben! Denn auf seinen Befehl hin wurden sie erschaffen! Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Er allein ist unsterblich. Er lebt in einem Licht, das niemand sonst ertragen kann. Kein Mensch hat ihn je gesehen. Ihm allein gebühren Ehre und ewige Macht. Amen. Engel wurden vor der Welt und den Menschen erschaffen, wie wir lesen in Hiob 38, 6 durch 7, und Engel wurden heilig geschaffen, wie wir lesen in Hesekiel 28, 15. Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt? Und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Als ich dich schuf, warst du untadelig und vollkommen. Doch dann fingst du an, Unrecht zu tun. Da sie erschaffene Wesen sind, ist ihr Wissen begrenzt. Das bedeutet, dass sie nicht alle Dinge so wissen, wie es Gott tut, als wir sehen in Matthäus 24, 36. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Sie verfügen über ein größeres Wissen als Menschen, was auf drei Dinge zurückzuführen ist. Erstens wurden Engel aus einer höheren Ordnung von Geschöpfen als die Menschen geschaffen. Daher verfügen sie von Natur aus über ein größeres Wissen. Zweitens wissen die Engel, was Gottes Wort sagt, wie wir sehen in Jakobus 2, 19 und Offenbarung 12, 12. Drittens erlangen Engel Wissen durch lange Beobachtung menschlicher Aktivitäten über Jahrtausenden. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Darum freu dich nun, Himmel, freut euch alle, die ihr darin wohnt, aber wehe euch Erde und Meer. Der Teufel ist zu euch herabgekommen. Er schnaubt vor Wut. Denn er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Im Gegensatz zu Menschen müssen die Engel die Vergangenheit nicht studieren wie wir. Sie haben es doch erlebt. Daher wissen sie, wie andere in Situationen gehandelt und reagiert haben und können mit größerer Genauigkeit vorhersagen, wie wir uns in ähnlicher Situation verhalten werden. Psalm 148 Halleluja! Lobt den Herrn! Lobt den Herrn im Himmel! Lobt ihn dort in der Höhe! Lobt ihn alle seine Engel! Lobt ihn, ihr himmlischen Heere! Sie riefen einander zu. Heilig! Heilig! Heilig ist der Herr, der allmächtige Gott! Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt! Als Gott seinen erstgeborenen Sohn in diese Welt sandte, erfüllte sich das Wort, alle Engel sollen ihn anbeten. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe, und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen. Denn du bist als Opfer geschlachtet worden, und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme, Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres. Sie alle riefen, Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht, gebühren dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen, und die vierundzwanzig Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt? Und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Engel, die ihr seinen Worten gehorcht und seine Befehle ausführt. Lobt den Herrn, ihr himmlischen Heere, die ihr zu seinen Diensten steht und seinen Willen tut. Dies alles habe ich, Johannes, gehört und gesehen. Ich fiel vor dem Engel, der mir alles gezeigt hatte, nieder und wollte ihn anbeten. Aber er wehrte ab und sagte, Nein, tu es nicht. Ich diene Gott ebenso wie du und deine Brüder und Schwestern, die Propheten und wie all die anderen, die nach den Worten dieses Buches leben. Gott allein sollst du anbeten. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Hiob 2 Wieder einmal versammelten sich die Gottessöhne und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? fragte ihn der Herr. Ich habe wieder die Erde durchstreift, gab der Satan zur Antwort. Offenbarung 7 Dann sah ich in jeder der vier Himmelsrichtungen einen Engel stehen. Sie hielten die Winde und Stürme zurück. Kein Lufthauch war zu spüren, weder auf der Erde noch auf dem Meer. Nicht ein Blättchen raschelte an den Bäumen. Aus dem Osten, da wo die Sonne aufgeht, sah ich einen anderen Engel heraufsteigen. Der brachte das Siegel des lebendigen Gottes. Den vier Engeln, die von Gott die Macht erhalten hatten, das Verderben über Land und Meer zu bringen, rief er mit lauter Stimme zu. Offenbarung 8 Als das Lamm das siebte Siegel aufbrach, wurde es im Himmel ganz still, etwa eine halbe Stunde lang. Dann sah ich die sieben Engel, die immer vor Gott stehen, und sie erhielten sieben Posaunen. Ein anderer Engel kam. Mit einem goldenen Weihrauchgefäß trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht, er sollte ihn auf dem goldenen Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen zwei Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß, und sagte zu ihm, Steh schnell auf! Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an, befahl ihm der Engel. Nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle. Aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt. Er bat Philippus, einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Apostelgeschichte 10 In Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und im italischen Regiment diente. Er war ein Mann, der den Gott Israels ehrte und sich mit allen, die in seinem Haus lebten, zu ihm bekannte. Er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Dieser Mann hatte eines Tages gegen drei Uhr nachmittags eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat. Cornelius rief der Engel. Erschrocken sah Cornelius auf und fragte, was willst du, Herr? Da antwortete ihm der Engel, Gott hat deine Gebete gehört und weiß, wie viel Gutes du den Armen tust. Doch ich meine, dass Gott uns, seinen Aposteln, den letzten Platz zugewiesen hat. Wir sind wie Menschen, die zum Tod in der Arena verurteilt wurden. Unser Kampf findet vor den Augen der ganzen Welt statt. Menschen und Engel beobachten gespannt, wie er ausgehen wird. Denn Adam, der erste Mensch, wurde nicht aus einer Frau erschaffen, aber Eva, die erste Frau, wurde aus dem Mann erschaffen. Der Mann wurde auch nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. Deshalb soll sie im Gottesdienst eine Kopfbedeckung tragen, als Zeichen dafür, dass sie dem Mann untersteht. Auch wegen der Engel, die über Gottes Ordnungen wachen, sollte sie dies tun. Ausgerechnet ich, der Geringste unter allen Christen, darf den anderen Völkern verkünden, welchen unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Gott ließ sie wissen, dass diese Offenbarungen nicht ihnen selbst galten, sondern euch. Nun sind sie euch verkündet worden, und zwar von denen, die euch die rettende Botschaft gebracht haben. Gott hat sie dazu durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, den er vom Himmel zu ihnen sandte. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht werden, so hat Gott es bestimmt, und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Schließlich starb der Bettler, und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Ja, das waren ein paar schöne Bibelverse. Ja, Engel sind eine völlig andere Seinsordnung als Menschen. Menschen werden ihren Tod, nach ihrem Tod, nicht so engeln. Engel werden niemals Menschen werden und waren es auch nie. Gott erschuf die Engel genauso wie er die Menschheit erschuf. Aber in der Bibel heißt es nirgendwo, dass Engel wie Menschen nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen wurden, wie wir in 1. Mose 1, 26 sehen. Sie waren schon vor der Schöpfung da. Engel sind spirituelle Wesen, die bis zu einem gewissen Grad physische Gestalt annehmen können. Menschen sind in erster Linie physische Wesen, haben aber auch einen spirituellen Aspekt. Das Größere, was wir von den heiligen Engeln lernen können, ist jeder sofortiger, bedienungsloser Gehorsam gegenüber Gottes geboten. Physisch werden sie manchmal mit Flügeln beschrieben. Das Bildnis der Cheruben auf der Bundeslade hatte Flügel, die den Gnadenthron bedecken, wie in 2. Mose 25, 20 beschrieben wird. Lass auch eine Deckplatte aus reinem Gold für den Kasten herstellen. Ein, ein Viertelmeter lang und einen Dreiviertelmeter breit. Dann sollen zwei Cheruben aus massivem Gold geschmiedet werden, die an den beiden Enden der Deckplatte stehen. Die Platte und die beiden Figuren sollen aus einem Stück gearbeitet sein. Die Cheruben breiten ihre Flügel nach oben aus und beschirmen die Deckplatte. Die Gesichter sind einander zugewandt und ihre Augen auf die Platte gerichtet. Jesaja sah an seiner Vision von Thron im Himmel geflügeltes Seraphim, von denen jeder sechs Flügel hatte. Dies ist das genaueste Bild, was ich finden konnte. Jetzt lesen wir Jesaja 6, 2. Jesaja 6 Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei in ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu. Heilig! Heilig! Heilig ist der Herr, der allmächtige Gott! Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt! Die Throne, altgriechisch, Thronos, in Lateinisch auch Thronos oder Throni, sind eine Klasse von Engeln, die der Apostel Paulus in Kalossa 1,16 erwähnt. Nach dem Neuen Testament gehören diese Höhe hemmelischer Wesen zu den Orten, die dienstchristig stehen. Sie sind die Träger des Thrones Gottes, daher die Name. Kolossa 1,16 Denn in ihnen ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentume oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ich sah von Norden einen Sturm heranbrausen, der eine große Wolke vor sich hertrieb. Blitze schossen aus ihr hervor und ein heller Glanz umgab sie. Dann öffnete sich die Wolke und aus ihrem Inneren strahlte ein Licht wie von glänzendem Metall. In dem Licht erschienen vier lebendige Wesen, die wie Menschen aussahen. Doch jedes von ihnen hatte vier Gesichter und vier Flügel. Ihre Beine waren gerade wie die eines Menschen, aber statt der Füße hatten sie die Hufe eines Stieres, die wie polierte Bronze glänzten. Jede Gestalt besaß vier Hände, je eine Hand unter jedem Flügel. Mit ihren Flügeln berührten die Gestalten einander. Beim Gehen brauchten sie sich nie umzudrehen, denn in jede Richtung blickte eines ihrer Gesichter. Jedes sah anders aus. Vorne war das Gesicht eines Menschen, rechts das eines Löwen, links das eines Stieres und hinten das eines Adlers. Zwei ihrer Flügel hatten sie nach oben ausgespannt und ihre Spitzen berührten die der anderen Gestalten. Mit den anderen zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Sie gingen, wohin der Geist Gottes sie trieb, ohne sich je umzudrehen. Zwischen den Gestalten bemerkte ich etwas, das wie glühende Kohlen aussah und wie Fackeln, die sich hin und her bewegten. Das Feuer leuchtete und Blitze schossen aus ihm hervor. Die Gestalten liefen so schnell umher, dass sie selbst zuckenden Blitzen glichen. Als ich sie genauer betrachtete, entdeckte ich vier Räder auf dem Boden, eines vor jeder Gestalt. Sie schienen aus Edelsteinen zu bestehen. Alle vier waren gleich gebaut. Mitten in jedes Rad war ein zweites im rechten Winkel eingefügt, und so konnten sie in jede beliebige Richtung laufen, ohne zu wenden. Die Felgen der Räder sahen furchterregend aus. Sie waren sehr groß und ringsum mit Augen bedeckt. Wenn die vier Gestalten gingen, dann liefen auch die Räder mit. Und wenn die Gestalten sich von der Erde erhoben, dann huben sich auch die Räder. Räder mit der Räder Welche Gestalt Engel auch annehmen, es gibt Grund genug anzunehmen, dass sie unglaublich schön sind. Nun, wir können kein Video über Engel machen, ohne denjenigen zu erwähnen, in denen die Sünde gefunden wurde. Er war die rechte Hand Gottes, bevor er aus dem Himmel vertrieben wurde. Jesaja erzählt uns, wie Lucifer von Himmel fiel, Jesaja 14, 12. Hesikiel erzählt uns, dass Lucifer voller Stolz auf seine Pracht und Schönheit war, wie wir lesen werden in Hesikiel 28, 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du hellleuchtender Morgenstern! Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer! Du hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über Gottes Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf, dann bin ich dem höchsten Gott gleich. Doch hinunter ins Totenreich wurdest du gestürzt, hinunter in die tiefsten Tiefen der Erde. Du lebtest in Eden, dem Garten Gottes, und trugst Edelsteine jeder Art, Karneol, Topaz und Jaspis, Türkis, Onyx und Nefrit, Saphir, Rubin und Smaragd. Sie waren kunstvoll verarbeitet und in feinstes Gold eingefasst. Ich schmückte dich mit ihnen, an dem Tag, als ich dich schuf. Auf meinem heiligen Berg ließ ich dich wohnen. Ein Cherub schützte dich mit ausgebreiteten Flügeln, und zwischen feurigen Steinen gingst du umher. Als ich dich schuf, warst du untadelig und vollkommen. Doch dann fingst du an, Unrecht zu tun. Dein Handel blühte, und der Erfolg verführte dich zu üblen Machenschaften und Gewalttaten. Darum vertrieb ich dich von meinem Berg, und der Cherub stieß dich von den feurigen Steinen fort in den Untergang. Deine Schönheit ist dir zu Kopf gestiegen. Deine prachtvolle Erscheinung ließ dich handeln wie ein Narr. Darum habe ich dich zu Boden geworfen. Ich habe dich erniedrigt vor den Augen anderer Könige. Voller Verachtung blicken sie nun auf dich herab. Durch betrügerischen Handel hast du große Schuld auf dich geladen, und deine Heiligtümer entweiht. Darum ließ ich mitten in deiner Stadt ein Feuer ausbrechen, das sie vollkommen niederbrannte. Wer sie jetzt sucht, findet nur noch einen Haufen Asche. Jesus antwortete, Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Aber das ist nicht weiter verwunderlich. Gibt sich nicht sogar der Satan als Engel des Lichts aus? Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück. Doch sie verloren den Kampf und durften nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, die listige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt. Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, um durch seinen Tod, dem Teufel, als dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. Er selbst, der sie verführt hatte, wurde nun auch in den See mit brennendem Schwefel geworfen, zu dem Tier und dem falschen Propheten. Immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Denn Gott, von dem aller Friede kommt, wird bei euch den Satan bald endgültig besiegen und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. So, genug von diesem Kerl. Wir haben den Sieg in Christus. Amen. Unter allen spirituellen Wesen gibt es niemanden wie unseren Gott. Es gibt nichts Größeres. Kein anderes spirituelles Wesen ist unserer Anbetung würdig. Am Ende unseres Lebens werden wir ein spirituelles Reich betreten. Nach ihrem Tod werden Gläubige an Christus vor den Engeln an den Ort getragen, an den der Herr ist, wie wir gesehen haben in Lukas 16, 22. Die Ungläubigen droht der Ewigkeit in der Hölle, getrennt von Gott. Von Gläubige wie wir wird der Glaube zur Sicht. Ja, das war es wieder für heute. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefällt. Bitte klicken Sie auf die Gefällt-mir-Button. Abonniert den Kanal für weitere Inhalte wie diese. Ich sage Ihnen immer, was die Bibel sagt und nicht meine eigene Meinung. Möge Gott euch alle segnen. Ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal für den Kanal für den Kanal für den Kanal.